so leute da sind wir beim nächsten video ich habe hatte verspielen verkehrt hier hier gamereader bei na wie immer mit neun sets wie immer die tradition seit drei sets ja mittlerweile und es ist irgendwie auch nur so zwei monate seitdem wir das machen aber ja genau genau machen wir zu den neun sets booster auf ursprünglich war unsere idee immer zwei von den vier von den set booster aufzumachen ja irgendwie kommt immer jemand um die ecke und sagt hey wollt ihr nicht anderen kran drauf machen wir beschweren uns und absolut nicht absolut nicht die hier sind von wizard of code ja für unsere playlist karte richtig richtig gut und wir haben das ein bisschen aufgeteilt ihr seht ich habe zwei set booster und vier draft booster naja hat drei set booster und drei draft booster das ist wenn leute nicht nicht wissen dass man das durch zwei teilt oder durch drei oder durch vier oder sonst weil wir freuen uns über jedes einzelne booster wir mussten es da nur awkward durch zwei teilen das ist halt das daraus geworden und ich habe mich ich habe mich erst mega gefreut das paket kam bei mir an und ich habe so das alles aufgemacht so wow das ist schon echt eine menge hoffentlich hat mark auch noch eins bekommen also dasselbe paket einfach noch mal aber da habe ich jetzt aber nachgefragt und meinte so nee das ist quasi für uns beide schade aber das wäre auch zu wichtig das wäre auch ultra krass gewesen auf jeden fall aber das ist auch schon mehr dafür kriegen dass wir einfach zwei leute sind bei radio rafnikabu übrigens podcast hier von uns beiden könnt ihr auf jeden fall mal reinschauen kommt jetzt am wochenende folge 100 genau ein großes großes spezial mit ganz vielen cool und groß und ich würde sagen uns beiden juckt schon in den fingern ich versuche das ein bisschen zu verbergen wir machen mal auf ich weiß nicht wollen wir erst mal mit den normalen woos dann anfangen genau das wollte ich auch vorschlagen dass wir erst mal die normalen wooster aufmachen und uns dann quasi value mäßig hocharbeiten genau es hat und dann sammler booster genau ist halt sehr interessant also ich habe ja schon ein paar draft booster aufgemacht für unsere pre-release challenge die übrigens aktuell sehr sehr gut aussieht dass ich die gewinne und was mir aufgefallen ist bei der pre-release challenge die kamera halten hier steht drauf karten ein bis zwei karten der seltenheit selten oder höher mit 2,34 prozent ja da sind nicht die volls mit gemeint oh wow dass man zwei rears in einem draft booster bekommen kann da habe ich mich mein halbes pre-release pack opening drüber beschwert und ja mal gucken ob wir meine finden machen wir auf genau wir fangen einfach mal an ja aber ist ja eigentlich super wenn da zwei rears drin sind also ja aber fürs draften finde ich ja lief mal booster lohn schwierigere entscheidung und so weiter ja das stimmt wie immer wir gehen und ankamen so ein bisschen durch mal so grob drüber zeigen ja die werbung hinten ist ganz schlimm by the way und wir gehen da so ein bisschen durch und ja wir werden hauptsächlich über die rears wahrscheinlich sprechen ja hundertprozentig weil rsu sketch start so was natürlich auch ziemlich ziemlich cool die können auch einfach überall vorkommen wenn ich das richtig ja ich glaube ich habe diese booster nie verstanden ich habe schon eine menge davon aufgemacht ich habe sie nicht verstanden ja das artefakt land oh artefakt kommaland ja ja genau genau das ist ziemlich ziemlich schön gemacht dieses mal zwei hintereinander direkt auch okay an kam uns feengabe bei mir erzdämon des leidens auch sketch start gefräßiges eichhörnchen ich habe gesagt getan und ich habe abhevel ich habe ein reprint du hast noch eine an kam und alter okay danke ich danke mich hier fürs zuschauen ich bin fertig für heute ja wir gehen ja misty rainforest what the fuck ja bei mir ist abhevel das ist nicht so geil dann hast du dieselbe karte und du hast dieselbe karte gerade noch mal ein voll wie und dann habe ich einmal also ich habe drei rares ich habe abhevel also umwälzen ich habe ein blick in die zukunft so eine komische so eine komische die nichts kostet und dann habe ich einen diamanten löwen in voll krass old border voll what the fuck old border voll so direkt so im ersten draft booster also wir machen ja drei rares im ersten draft booster oh schön das war gut das video ist vorbei wir sehen uns dann in drei wochen wieder wenn es nicht nein nein wir machen schon noch den rest auf würde ich sagen schlechter werden wirklich oder nur noch also es muss wahrscheinlich einem secret layer hinten drauf gelegen haben solche werbung geben müssen sie was gutes tun ja dann schauen wir direkt mal weiter ja mal an schüler der sonne ist oder 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 relay dass die mich verwirrt ist dass die auch im common slot halt sind ja so so random mit dabei wie gesagt sie haben sie halt meiner meinung nach halt komplett entwertet sorry aber es ist die sketch start die knollbecken brülle was erbrücke was die auch namen haben diese artefaktländer war wirklich das ist schon extrem extrem plötzlich ist sehr sehr gute karte by the way straße ruin die habe ich glaube ich das ist meine meistgezogene ankam die ist doch auch legacy playable ja ja genau die spielt beim weg sie elfen und wahrscheinlich ist auch modern und es ist das erste mal dass sie seit sie gedrucktesten job hat oh wow stimmt das war vorher einfach nur was zur hölle ich habe zum finger lecken okay was ist das und bergung der mox was hast du ich habe einmal ja und zersplitternde vernunft drei blaue mana ein gegner mit 14 karten mit umwandlung ja das klingt wahrscheinlich krasser als es dann eigentlich ist ja 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 wahrscheinlich ich habe noch bergung durch die mox und du ein gebirge kontrolliert kannst du diesen zauberschaften wirken ohne manakosten zu zahlen zerstöre ein artefakt deiner wahl nun nehme ich mal so hin es ist es ist okay es stört ein artefakt es macht ein artefakt kaputt ist sehr spezifisch mit dem insel und gebirge also ja das war damals normal also sie haben einen ganzen zirkel davon von diesen karten und manche davon werden halt immer noch gespielt so wenn du eine insel und der gegner einen wald kontrollierst oder so ja das ist das ist schon zeitrisseher okay schmiedekonsten finsterer seestern den fand ich witzig ja ich finde auch bei den oldboardern ist es irgendwie dieses mal so dass sie halt wirklich echt von der farbe gelernt haben du hast ein abundant harvest genau wollte ich gerade sagen ich habe eine mystical archive preprint premium premium karte ja zu spät hier late for dinner das ist übrigens eine karte habe ich vergessen in unserer top liste bei radio rafnika die zu nennen weil ich finde die ultra witzig du bringst quasi eine karte zurück ins spiel eine kreaturen karte und das ist ultra witzig dass es halt late for dinner heißt ja ich liebe diese karte auch eisbrechen die deutschen namen auch ne ja oh hier flammende öffnung zwei mana vier schaden hexerei die ist gut gerade cool naja ich habe dafür die sehenschläge dem slot die einfach für weiß was exiled was ganz cool ist krass und halt oh dein ist auch richtig cool ist richtig cool ja das ist aus diesem elemental evoke cycle die rote aber halt die leider schwächste und dann ein hinweis ich habe es nicht so komische ja genau ich habe so eine komische kalibrierung so nach dem start ist man so ein bisschen wieder runter von dem wohl habe ich das gefühl gucken wir uns an dass das eine set booster auf oder wie machen wir es ich würde sagen du machst erstmal das draft booster auf und ich kommentiere bei dir ein bisschen über die schulter hinweg und dann setzen wir bei dir ein einzelnes set booster das wir dann umdrehen ja genau das ist auf jeden fall kein secret leer werbung das heißt es kann nicht gut werden küchenkobald ich finde das in schwarze dieses sketch artwerk bei der welt ziemlich schlecht aus ja ich bin auch kein fan muss ich wirklich sagen von dem sketch start work es wirkt ein bisschen lazy wenn ich ehrlich bin ja wir haben uns ein bisschen darüber lustig macht so ey wir haben da so jemanden der vierjährigen sohn der hat was gemalt aber das ist zum beispiel so eine karte ich die ist vom artworks so sick ja das stimmt ein bisschen schade dass es rote border ist ehrlich gesagt ja ja gibt es auch ein jubel oder oft blühende ruhe okay was und rasend schnell fast and furious fast and furious diese doppelkarten haben immer solche namen der hat affinität zu spielstein das habe ich auch schon gesehen ist allein deswegen könnte sie sich spieler werden ja einfach nur das ok und noch mal die einblick in die zukunft die wie ich da unten als als old border noch mal liegen habe da war wirklich das erste pack wirklich glaube ich das meist das meiste value einfach bei uns beiden auch drin bei beiden wie krass ja wirklich what are the odds ja genau dann kannst du noch set booster genau dann gucken wir doch mal jetzt kommen einfach die guten listkarten ja ich bin wirklich gespannt auf die liste vor allen dingen jetzt mit sich das ist eine listkarte by the way das finde ich ein bisschen schade weil du kannst du einmal kurz ganz kurz umdrehen das finde ich ein bisschen die ganze die ganze stapel das finde ich schade weil die letzte karte verrät automatisch dass es hinten eine listkarte drin ist und meiner meinung nach macht wizards die booster verkehrt rum in das in der in das ding rein in der denn das booster bei den set boostern ja ja man sieht da so den leichten planeswalker symbol hier die also sonst hast du halt hinten ein token oder eine art card in eine rule card oder so und das siehst du weil die haben keine normalen magic bag das hier aber also ich man sieht es nicht in auf der kamera glaube ich aber voll island schwere ich mich nie stahlflossen du kriegst ja noch gleich welche in etched foiling wenn ich das überhaupt erkenne streulich schmiedekunst äthergläubige sphinx oh hier brain stone brain stone gedankenwirbel stein gedankenwirbel steine ganz großartig ja wieder zum finger lecken okay zweite karte hiervon gezogen dann nevin rals wunderscheibe commander commander auf jeden fall stark commander eromöbe okay kommen und geruch vor angst und inventive sphere ach das ist meine listkarte verstehe ja sehr sehr coole ist das ist auf jeden fall eine die mal spielbar war das weiß ich noch aber ob die jetzt noch so gut ist mal gucken ich weiß es nicht aber auf jeden fall es ist halt wie gesagt sehr sehr cool dass sie die ja dabei gefügt haben und doch angepasst haben ja das stimmt dann machen wir wieder gemeinsam auf jetzt hier kann ich jetzt mal ganz kurz darauf achten zum beispiel ich weiß jetzt schon ich habe keine listkarte same hier und sie müssen es sie müssen es halt so rum öffnen lassen dass man das also praktisch so rum daraus zieht dass man es nicht sieht von vornherein ja das stimmt und dass das ist das ist ja eins ist hochkante ja genau das ist hier dieses hier ist die gris flut des hungers in der special full art version sehr cool ziemlich nah ist auch hier die lieblingskarte von jochen bei unserem podcast wächter von tormunds krypter spelunken gauner eigentlich müsste man mal eine spoiler season komplett nur die deutschen namen verwenden hier straße und ruin straße gerade eben schon wieder oh du hast das cookbook genau kochbuch der unterwelt die ja tatsächlich play sieht was mich ja modern play sogar ziemlich ziemlich gut mit einer karte aus kaladesh glaube ich die wenn alle faktisch spiel kommt du die wieder auf die hand nehmen kannst ja dann wirst du dir ab christian food nimmst die karte wieder auf die hand oder mit der asmo wie die auch immer heißt graben eines unbekannten der mit taxi alter deutsche namen sind großartig ja habe ich habe wieder auch hier tödliche agonie die du eben gezogen hattest streulicht affinitäts alle fakten fängt fünf chance okay ja und siegel der reinheit das ist meiner meinung nach wird das demnächst auch öfter mal gespielt weil das kann man mit lurus wiederholen ja stimmt stimmt das schon wiederholen kann was was einfach gut ist ja aber jetzt ist das das war so ein typisches pack wo ich jetzt bei set boostern so ein bisschen die orientierung verloren habe weil jetzt habe ich mich kurz gefragt hatte ich jetzt überhaupt eine rare drin weil die war irgendwie so unscheinbar und der rest war alles ankam und ich dachte so hä was war das jetzt genau das ist halt genau der punkt aber ich finde sie diesmal sogar ziemlich ziemlich schlecht sortiert also strixhaven waren sie großartig sortiert man hatte eine wunderschöne reihenfolge aber hier ist irgendwie guck mal ich habe eine set card eine list card naja und ich frage mich was ist die liste ja die das da das fragen wir uns alle ne das ist ein pegasus ich wollte gerade sagen engel aber pegasus ich habe schwarz-grün spinnen discard als thematik anscheinend ich habe ehrlich gesagt auch jetzt schon aufgegeben da was zu drin zu sehen in solchen sachen ja mystische zensur oh ich habe hier den rishian hafenknecht doch ja erfolg typ ja ich habe hier belehrung alle verlieren ding und ich habe hier zwei rares ich habe auch eine mythic noch jana beschützerin von arco sehr cool sie ist ein commander der auch ziemlich ziemlich nice ist und auch mega viel spaß macht zu spielen sie wird im modernix machen aber sie stark finde ich im commander dann crazy genau dann prismarisches ende und meine karte von der liste ist oder kisskin you control get plus 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 ein plus 1 ja die klassischen modern staple für kisskin ja ja immer genau dafür macht man die in die liste rein ja so und jetzt wird es jetzt bis jetzt rein folge davon die reihenfolge davon ist hat auch dieses mal Wir haben ja schon bei Strixhaven ganz hart gemunkelt und versucht, irgendwas rauszufinden. Hierbei habe ich mich vorher informiert und ich habe immer noch keine Ahnung. Die sind wirklich, wirklich strange gemacht. Glaube ich. Aber ich hoffe, dass wir was gut ziehen. Ja, ich auch. Okay, Krabben drucken. Vorne hast du... Andersrum? 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 Ja, ich suche mal. Vorne hast du erstmal Cummins. Oh, du hast sogar einen ziemlich coolen Cummins. Die Piracy Charm ist eine ziemlich gute Karte. Rekalibrieren? Und zwar vier Cummins in Foil. Dann hast du zwei Uncummins in Foil. Oh, Quirion. Sehr, sehr cool. Dann kommt Premium Land. Ja, genau. Und das Land, guck dir das mal genauer an. Das ist Foil. Ach, das ist aber so Textur-Foil, hä? Genau, das ist ähnlich wie dieses... Du kriegst es besser rein als ich. Weil ich hab keine Lampe an bei mir. Doch, warte, hier ist es. Das ist ähnlich wie die Commander Legend... Doch, Commander Legends. Ja. Foilings. Und so sind die Edged Foils. Davon kriegen wir jetzt gleich noch welche. Oh, du hast ja einen direkten Vergleich. Stimmt. Genau, hier ist das normale Foiling. Ja. Und hier ist quasi dieses Textur-Foiling. Man sieht auf jeden Fall den krassen Unterschied. Und man fühlt es auch so ein bisschen. Das ist schon... Ja. Also, interessant. Interessant. I'm not completely... Dann kommt eine Full Art. Ich hab den Blutzopf-Marodeur. Der war, glaub ich, bei dir auf der Liste. Ja, den find ich auch immer noch ziemlich stark. Auch wenn der ja gar nicht so viel Play sieht. Ich hab Akademie-Monteur. Der immer quasi ein, ja, Food, Treasure und Clue-Token verdoppelt. Einmal alles. Genau. Dann kommt eine Sketch-Art in Nonfall. Flammenzungen-Jährling. Das war die Referenzkarte. Die hab ich gerade eben auch schon gezogen. Plötzlich ist es dick mehrfach. Das ist übrigens eine richtig strong Karte. Ja. Der zweimal einer Sekundenbruchteil. Also jeder kann nicht drauf reagieren mit Splitshecken. Und ein Spieler, weil er opfert eine Kreatur. Das heißt, der jeder kann nicht drauf reagieren, dass er es opfert. Ja. Dann kommt noch eine Sketch-Art. Alter. Nice. Reanimation-Target bei dir. Crazy. Das ist halt, das ist... Und ich hab ein Reanimation-Spell. Ja, nein. Puh. Die Sterne des Klausam-Rieten. Ja. Sehr, sehr cool. Und dann kommt nämlich... Alter, genau. Danach kommt eine Etched-Foil-Old-Border. Ach ja, das ist jetzt Etched-Foil. Ja, okay. So. Sehr, sehr cool. Bei mir ist, by the way, eine richtig playable Karte, die auch richtig viel Play sieht. Welche ist das? Das prismarisches Ende. Ah, okay. Für einen weißen Fund X exilst du eine Karte, Mana kosten X oder weniger, aber X die Anzahl an verschiedenen Mana ist, die du hast. Ah, crazy. Richtig, richtig gut. So. Dann kommt eine Old-Border-Foil. Ne, ich hab hier Sketch-Art-Foil. Genau, Sketch-Art-Foil. Also Special-Frame-Foil, so rum ist es. Ah, okay. Sorry, sorry. Dann kommt nochmal eine Old-Border aus Modern Horizons oder aus, also aus Modern Horizons 1 oder 2 in komischem Etched-Foiling. Ich hab den Goblin-Achronauten oder wie der heißt. Ja, ich hab den Tribute-Match von damals, wo du mal dein Deck nach einer Karte, die genau zwei Koste durchsuchen kann, in Etched-Foiling. Ausguck hier, Modern Horizons. Wie wär's, wenn wir jetzt beide in dem nächsten Slot einfach unsere Preview-Karte ziehen? Das wär, ich würd's sehr feiern. Ich auch. Gucken wir mal. Aber bei mir ist schwarz. Ich hab Schardes-Agent. Uh, Profana-Tutor. Uh, du hast eben den Command. Ich hab Schardes-Agent und ich muss sagen, das Etched-Foiling tut der Karte überhaupt nicht gut. Ja. Das sieht richtig doof aus, ehrlich gesagt. Ich hab den ja schon in Foil gesehen. Foil sieht ja richtig gut aus. Ich muss sagen, meine Karte sieht tatsächlich, das ist, glaube ich, eine der hübschesten Karten, die ich jemals in der Hand gehabt hab. Weil die so dieses Etched-Foil und dann dieses geile Artwork. Und der schwarze alte Rahmen ist einfach der hübscheste alte Rahmen. Da können Leute sagen, die können schwarz mögen, wofür sie noch wollen. Aber der alte schwarze Rahmen ist der Wahnsinn mit diesen kleinen Bubbles. Das ist wunderwunderschön. Und die letzte Karte. Dann kommt ein Outboarder oder eine Sketch-Art-Foil. Uh, sehr, sehr cool. Ich hab den John Tyarch. Ja. Da bin ich auf jeden Fall happy drum. Das heißt, wir haben beide eine Karte, die wir auf der Top-Liste hatten. Ja. Crazy. Das war du, dein, ich mein. Ja. Ja. Das ist zwar nice. Gut, dass wir es noch zweimal machen. Das jetzt noch zweimal, weil ich gerade zeige. Da müsst ihr durchstehen durch unser doofes Gelaber, dass wir stundenlang hier labern. Aber wir haben auch was da dran. Ja. Hier vielleicht nicht beim Zuschauen, wir müssen öffnen. Und wenn ihr es doch beim Zuschauen habt, wisst ihr ja unten. Könnt ihr liken und so. Auf jeden Fall. Dann sind wir bei den Cummins. Ja, Cummins. Dann kommen zwei Ankerns. Oh, das Lichtbogenwelpen ist auch so eine richtig süße Karte. Ich habe wieder üppige Ernte. Ah ja, Abundanz. Das ist mein Feuil. Das Textur. Meine Feuillands sind doch wirklich alles exklusive Islands. Also ich glaube, irgendjemand möchte mir was sagen, dass ich vielleicht Islands spielen soll. Du solltest mal blau ausprobieren. Das ist eine ganz coole Farbe, sagt Ursatz. Ja. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, was ich als nächstes ziehe. Eine Full Art. Oh, nice. Nice, Alter. Ah, Hammer. Mega. Zweite Fetschland, wo? Ja, wirklich. Das ist crazy. Wir sind auch richtig. Ich halte die Feuillig. Das ist richtig schön. Oder, nee, Brackmarsch. So heißt das. Ja, Brackmarsch. Schwarz-Weißer. Eines der besten tatsächlich. Aber auch eines der billigsten. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich bin Schrotum. Dann habe ich ein harmonisches Wunderkind. Was hast du denn da? Was ist das denn? Das ist Dracus Spross. Zwölfmal eine Art of Kreatur mit Domäne. Okay. Habe ich den gar nicht gesehen. Im Spoiler-Sign gar nicht gesehen, dass der so ein geiles Art of Kreatur hat. Das sieht wirklich sehr, sehr crazy aus. Hoffentlich, hoffentlich eine gute. Hoffentlich eine gute. Dann. Pölde ist auch nicht so da. Oh, lol. Ich habe einfach dieselbe Karte zweimal im Booster gehabt. Ja, nice. Dann den Sturmtrotzen in Vollold Border. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich habe hier plötzlich wieder sie liegt. Ja, ich habe hier plötzlich mal wieder. Diese Karte sagt mir auch, ich muss sie spielen. Jagendes Rudel. Ach, das ist die Storm. Old Border Foil Cummins sind irgendwie strange. Ja, voll. Vor allem, weil Old Border Foil war halt bei Times Square Remastered noch so dermaßen krass so. Und jetzt ist man so viel, wo man denkt, was ist das jetzt? Ja. Gibt es einen wunderschönen Blackie Talk zu, von wegen When Everything Special Nothing ist. Und nach einer Radio Wachnäger Folge. Auch sehr großartig. Okay, und die Nächste. Oh, ja wie Maya. Oh, auch noch im Old Border bei dir. Ja, Old Border Foil, sehr, sehr cool. Und du hast auch eine sehr, sehr coole Karte. Ich habe die Heiligmacherin entweg zweimal. Das ist auch eine Hatebear-Karte, die bei mir nicht in der Top-Liste war, aber dafür in den Honorable Mentions quasi. Ja. Und das Foiling sieht ziemlich nice aus. Ja. Und wie bei jeder weißen Karte frage ich dich, ist sie Dothen-Texas-Spielbar? Tatsächlich, ja. Ich habe sie in Dothen-Texas schon gesehen, dass sie getestet wird. Sie wird aber wahrscheinlich nicht lange gespielt. Ja. Ja, aber trotzdem, geile Version. Und noch eine Foil-Karte. Heiße Karte. What the fuck? Oh, was hast du denn da? Das ist eine Mishra's Factory. Also Mishra's Fabrik in Foil, Full Art. Crazy. What the fuck? Richtig cool. Sie sieht richtig geil aus, wirklich. Dieser Plane-Cycling-Drag, oder? Ja, genau. Der Timeless-Dragon. Mit dem kleinen Graveyard-Symbol. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Stimmt. Und ein Token. Top. Ah, sehr, 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 sehr cool. Noch zwei Fetchlands? Ja, wirklich. Jetzt müssen noch ein bisschen mehr Fetchlands kommen. Ja, jetzt werden wir gierig. Ja. Klassiker. So, phyrexianischer Keim. Sehr ecklich. Wie hört sich das an? Und ein Skrubble. Sehr, sehr wichtig, dass er auf jeden Fall jetzt auch ein Phyrexian ist. Ja. Gesagt, getan. Uh. Lichtbogen schlitzend. Schlacke schreit. Schlagke schlicken. Ich habe einen Sumpf dieses Mal. Hast du wieder eine Insel? Äh, ich habe diesmal einen Sumpf. Das wäre aber jetzt auch wirklich lächerlich, wenn ich jetzt nochmal eine Insel. Ich hätte es fast schon hart gefeiert. So. Sehr cool. Das fühlt sich auch komisch an. Und, Alter. Damn, son. What the fuck? Wollen wir uns hier einmal ganz, ganz herzlich bei Leuten bedanken, die uns diesen Kram zugeschickt haben, die uns gute Muster ausgesucht haben. Holy shit. Holy shit. Alter. Und du hast auch eine richtig coole Karte. Ja, ja, wirklich. Ich habe eigentlich nur einen Vortex gemacht. Habe gar nicht gesehen, was du erst gezogen hast. Ja, du hast einen Vortex. Ich dachte, das war mit Absicht. Sehr, sehr cool. So, so ziehen Küchenbold. Nochmal Sketched Art Archive Special Karte. Ja, ja, wirklich. Boah, wie sich die Leute ärgern müssen, dass sie sich damals die Mythical Archive so für 1000 Euro gekauft haben. Alter, ich habe schon wieder einen Chartless Agent. Nur halb diesmal. Aber das ist ein cooles Artwork. Ja, ich mag das Artwork auch ziemlich. Aber die ist non-fall. Was hast du denn da? Was ist das denn für eine Rare? Ich habe die Hymne des Waldes. Das, worüber du dich aufgeregt hast. Die zweimal eine Runde. Ja, ja, ja. Ja. Dann. Auch üppige Ernte bei mir. Oh, Ninja. Was ist bei dir denn? Voll Ninja. Nice. Aus Mando Risen 1. Was ist das denn bei dir? Das ist üppige Ernte. Das ist auch frühe Ernte in Foil, Alter. Ich sehe es jetzt erst, oh Mann. Schwarz-Weiß und Foil. Super seltene Karte. Kauft ihr euch für 5 Euro. Wirklich. Du hast übrigens ein sehr, sehr hübsches Artwork auf dieser Karte. Ja. Finde ich auch. Es sieht ziemlich geil aus einfach. Ja. Und Minen einstürz. Eine Chance haben wir noch. Ja. Oh, ich habe ein Zelle. Ein Zelle. Und? Bei dir? Bei dir? Goblin-Bombardierung. Oh, richtig starke Karte. Habe ich im Legacy lange, lange Zeit lang gespielt. Wurde mir letztens noch den Commander empfohlen als Karte, die ich ihm entdeckt tun soll. Und ich habe tatsächlich auch noch eine. Das ist auf jeden Fall. Aber hier, die Einzelle ist auch hier für Enchantress ganz cool als Reprint. Stimmt, stimmt, ja. Uh, okay. Kars der Löwe habe ich. Und das ist nochmal ein Diamond Line. Das ist einfach der zweite. Das ist der erste. Habt ihr direkt einen Vergleich? Was ist cooler? Old Border oder Extended Art? Ich bin Team Old Border auf jeden Fall. Ich bin Team... Ich hätte gern weniger Border. Wirklich. Und was hast du da? Ich habe Kars der Löwe. Das ist dieser Golgari Planeswalker Legendary. Worüber ich letztens noch nachgedacht habe, der eigentlich ziemlich cool ist, mal ein Commander Deck drum herum zu bauen. Ich war gerade bei Golgari Planeswalker. Ich dachte, hä, ich sehe gar keine Planeswalker-Symbole. Nein, das ist leider. Aber es ist eine Story hier. Ja, ja, ja. Ja. Aber Hammer, ey. Sehr cool. Guck dir diesen Stapel an. Der ist einfach alles gutes Zeug, was ich mir gerne in den Beinen da tue, beziehungsweise auch spiele. Ist schon so ein geiles Set. Und natürlich, ich glaube, die besten Brecher, ich habe jetzt die einzelnen Preise noch nicht nachgeguckt, aber es müssen die Fetchlands sein. Also allein hier... Ja, ja. Mit Abstand. Mit Abstand die Fetchlands erstmal. Interessanterweise habe ich auch hier kein wirkliches Old Border Fetchy gesehen. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Aber hey, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin auch mega froh, was ich gepullt habe. Und auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an Wizards of the Coast, dass sie uns die Booster gegeben haben. Auf jeden Fall. Nicht nur war das Reveal-Event super, sondern auch noch die Booster waren auch noch richtig, richtig toll. Ja. Hammer. Hammer Sache, wirklich. Ja. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und auch danke für dich nochmal, dass du mit dabei warst. Ja. Gerne, gerne. Also danke, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder. Das wird wahrscheinlich auch so eine kleine Tradition. Mal gucken, wie lange wir sie durchziehen können. Auf jeden Fall. Bevor wir beide sagen, oh nee, schon wieder Booster aufmachen. Wir haben doch erst vor zwei Wochen eine Pre-Release gehabt. Das wird nicht passieren. Ja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, falls ihr es noch nicht getan habt, geht rüber zu Gamery. Hört euch unseren Podcast Radio Raffnika an. Abonniert da, damit ihr auch nichts dort verpasst, was da noch kommt. Und ansonsten gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr mit uns schreiben wollt, ja, also ich bin aktiv beim Radio Raffnika slash Gamery Discord relativ viel. Da könnt ihr uns auch mal schreiben, was ihr denn so gepullt habt. Das interessiert mich nämlich sehr. Sehr gerne. Und da könnt ihr uns mal schreiben, was ihr gepullt habt. Habt ihr auch schon mal so Sammelbooster von Modern Horizons 2 gemacht? Weil die sind ja echt teuer. Das muss man echt sagen. Ja. Oder sagt ihr, nee, ich bleibe bei Droughtboots dann. Das könnt ihr uns da mal schreiben. Das wäre super. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.